Ja, wir sind alle glücklich! Call the cops, we have a cheater! Was geht Leute? Mein Name ist Loadeddanny B-b-b-b-b-b-nitz Willkommen zu einem neuen Video hier in Advanced Warfare zu einem neunten Part des Road to Command us Welcher Part ist das jetzt? Ähm, ja, hallo Freunde, nein ich weiß es nicht Wie viele sind das jetzt? Keine Ahnung Warte, wir haben 5 gemacht, 6, 7, 8 Das ist das achte Part jetzt, also Episode 8 bei mir Und guckt unbedingt den letzten Part an, Freunde, weil da war Jojo besser als Danny So, okay, alles klar, hab ich genug gepusht, Freunde Ich starte jetzt hier, du Kleiderflingel Was soll ich spielen, was soll ich spielen? Was gibt's denn? Weiß nicht, Herrschaft, Herrschaft haben wir noch nicht gespielt Also Osterbodenangriffe, aber so nicht Äh, ja mach, mega Glücklich, Herrschaft, ja, ja, hin oder her Wird das heute mal ein längerer Part als sonst? Wieso, ja, Herrschaft ist doch egal Herrschaft dauert immer länger Aber da freuen sich natürlich auch die kleinen Alunken Wusstest du, dass du ansehen kannst, wie die aussehen hier? Ja, muss ich einfach nur auf die Namen gehen Ich find das so geil, wie manche aussehen wie ein Zocker gegen Digga, guck mal wie hier Kotzo aussieht Richtig geil mit dem Rot Ich hab dich hier, ich seh dich gerade, siehst echt lustig aus, Mann Ja, ich guck dich jetzt an Kotzo Ja, der sieht richtig hammer aus Aber warte Ja, die, äh, die, äh I, äh, S, Z Monster Sieht besser aus, find ich Der sieht richtig krass aus Ja, Digga, so sieht meine auch aus bei meinem privaten Echt? Ja Ne, sieht er nicht Ja, außer das goldene Exoskelett und diese Maske und so, das sieht richtig geil aus Und da hab ich auch noch eine goldene Waffe, der nicht Du bist ein Loser Ja, glücklich Ähm Äh, oh shit, ich kann, ah, okay, da muss ich nicht so eine Art mitnehmen Ich nehm den Semtex mit Noch eine Obwohl, ne, 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 ich lieber als meine Secondary mit Mit so Huh, Instinct, ja Ja Du bist endlich auch Einen schönen Freunde Aber wirklich auch nicht Instinkt Bitte 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 Ja, Instinkt ist echt, Instinkt stinkt voll, Digga Oh, Digga, der war richtig gut, Alter, sind grad alle am Lachen Danke, danke, danke Ich bin richtig witzig, Mann, ich weiß Ah, glücklich, ja, 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 glücklich, ja, ja, ja Scheiße, bin ich glücklich Glücklich, sag mal glücklich Glücklich Sag mal Haha, sag mal glücklich, sag mal Glücklich Glücklich Glücklich, ja, ja, hin oder her Glücklich Hm Ja, wir sind alle glücklich Call the cops, we have a cheater Was labern Hahaha Gehst du zu A oder B oder C oder B oder D Ich geh zu D Okay Hahaha Ich geh zu C, H Ich find das lustig, die Leute schreiben so in die Kommentare Jojo versucht immer lustig zu sein Lustig Hahaha Lustig Oh man, das sind so viele Lustig Digga, bist du auch gerade lustig Digga, ich bin lustiger als ich jemals war, Digga Oh man, was zum Teufel Digga, ich hoffe du bist lustig Ich bin richtig lustig Ich bin richtig lustig, ja, ja Glücklich hin oder her, ja, ja, ja Oh man, ich hab gerade ein paar Probleme, um ganz ehrlich zu sein Er hat ein paar Probleme Wie diese Madeleine Ja, genau Oh, ich sterbe die ganze Zeit, ich krieg's grad nicht hin Digga, ich hab grad hier übel Angst an diesem Punkt Okay, alles klar, jetzt wird Gas gegeben Weg, weg hier Oh mein Gott, Digga Oh mein Gott, Digga, das ist... Oh, so Digga, ich spawne hinter einem Gegner Bestes Spawns ever Ja Digga, die Spawns sind hier echt richtig... Oh mein Gott, sorry, ihr seht's gerade, what the fuck Ich versteh das gar nicht gerade Das hat ein bisschen zu viel für mich, ja, ja Ich muss meine Exo-Fähigkeiten öfter einsetzen Alter Oh nein, System-Hack Digga, ich hasse diese Scheiß... System-Hack, ich hasse es auch Dafür gibt's auch einen Perk Dafür gibt's auch einen Perk Echt? Ja Ja, hab ich noch nicht Man, ich sterbe die ganze Zeit Ich sterbe die ganze Zeit, Digga Diese Scheiß-System-Hack Ich glaub, wenn man stirbt Dann, äh, muss ich's nochmal laden, ne Das ist richtig ekelhaft Ja Also auf Instinkt verkacke ich immer, auch privat Ich kann ja nix reißen, Alter Ja, Instinkt ist aber auch Nicht so toll, muss ich sagen So ein absoluter Hass-Map Hab ich, äh, glaub ich... Hass-Map, echt? Ja, im letzten Part gesagt Oh, Scheiße, Alter Oh mein Gott, das... Ah, das ist so dämlich Ja, ich verkacke aber auch, klar, da muss ich sagen Der Feind nimmt C ein Oh mein Gott Nein Oh, ihr seht Das ist... Aber ich denke, dass... Diese Spawns sind die auch so richtig random und so, weißt du Das ist... Ah, das ist echt hart, Mann Was? Komm schon! What the fuck? Ich hab'n 6 zu 10 Hab' ich noch nie in dem Roadtruck, Alter Guck mal, da steht ein Maiden neben... neben dem scheiß... Wichser... Gegner, Alter Und... Die stehen einfach nebeneinander und sind am rumchillen, oder was? Ja, die lieben sich Egal, dann sollen die sich woanders lieben Oh mein Gott Ja, das ist grad echt kompliziert hier das Ganze Oh mein Gott Das ist echt ziemlich schwer Oh mein Gott, Alter Letzter Part so gut gelaufen Sorry, aber... Das wird nix, Alter, glaub' ich Das wird nix, ey Wird auch nix Hier auf der Map kannst nix machen, Alter Das ist so schwer Das ist super schwer Boah Bitte Nice Oh Mann Ich sterbe die ganze Zeit Ah, ich hab'n 8 zu 12 Hab' jetzt ne andere Waffe genommen Ja, ne, ich bin auch jetzt am sterben Aber ich kann's einfach nicht gerade Das ist echt Oh mein Gott What the fuck? Guck mal, er liegt da rum! Er liegt! Youtube! Wie heißt das? Der Spezialist! Schaut bei dem vorbei und gibt den scheiß Daumen runter, Alter Wichser Ne, jetzt mal ehrlich Das ist echt, äh Wow, Alter Ne, Digga Ab sofort Ich bin dafür Sobald ihr ins Ding lesen Gehen wir raus Ich mein' das ernst Naa, Digga Das kann nix machen Das kann... Ja, das... Boykottiert diese Map, Alter Weil ich halt... Ich grad nicht schon wieder Kontakt Du bist einfach nur zu schlecht dafür! Ja! Ich bin schlecht! Ne, Digga Das ist... Oh fuck Wenn ich wenigstens positiv werden könnte, aber... Das geht grad nicht, weil... Ich krieg einfach grad keine Kills ab Ich krieg grad gar nix Ich kann echt nix Also... Ich weiß nicht, ob's man sieht, aber... Das ist grad für mich nicht so leicht Ich glaub ich nehm auch die falschen Laufwege Ja, hier gibt's... Ich glaub ich gar keine richtigen Laufwege Auf dieser scheiß Map Ne, man kann jede Map lernen, weißt du? Zum Beispiel, man kann sich auch hier oben hinlegen Oh, ein Sniper Und da kann man dem Team auch sehr verhelfen Weil keiner mehr hoch kann, quasi Alter, der liegt da immer noch... Ist das dein scheiß Ernst? Wo ist der? Hier oben ist auch sehr, sehr gut, muss ich sagen Hier oben ist ziemlich... Also... Oben auf dem Dach, weißt du, was ich meine? Ach, das ist... Scheiße Gott! Ah, ist nur Halbzeit! Warte, ich werd' ich glaub nicht Ich hab' meinen Dings da meinen... So, jetzt hör' ich dich wieder Ah, Digga, ich hab' auch nichts besonderes gesagt Aber trotzdem... Ich... Ne, diese Map ist einfach ein Krampf Ah, ich hab' 11 Da, dieser Typ, Alter, die Spezialist Pisser Aber ich hab' das Gefühl, die Connection ist auch ziemlich schlecht Ich weiß nicht, woran das liegt Die Connection... Ich guck' mal, ob ich was offen habe Ja, wir haben auch Rufenping Ja, ja, ich hab'... Ja, seht ihr? Das liegt aber nicht an irgendwas offen Das liegt einfach an Call of Duty Ja, gerade schon Ich schätze mal, dass... Da kann man das uns nicht übel nehmen, wenn wir mal verkacken Hier habt' hier die Gegner abzufangen ist ziemlich nice Oh, da oben Guckt euch den da oben an, Alter Nice, hier oben auf dem Dach ist ziemlich nice Auch wenn's quasi so ein leichtes Rumgecamper ist, aber... Die campen ja alle Wixer Naaah Elendiger Bastard, Alter Ich geb' mir grad sogar Mühe, ich kann's nicht glauben Oh, Mann Aber ihr seht... Na gut, jetzt zieht die Connection wieder Aber sie ist trotzdem Auch wenn da jetzt vier Stiche angezeigt werden Für ne kurze Zeit Trotzdem ist die nicht so gut Die Drohne ist online Gott, dieser Sniper hier, Alter Unglaublich Der grad' so schiss, dass ich wieder sterbe, Alter Ja, ich hab' der ganze Zeit schiss Ich... Oh, ich liege auch nur Assists irgendwie Keine Ahnung Wir verlieren Alpha Ich glaub' ich darf nicht zu lange an der Stelle bleiben Das ist nicht gut Ey, das ist unglaublich Wie kann der da hoch? Wie? Mann, hier spawnen wir doch Wer gewinnt eigentlich von den Punkten? Wir gewinnen Nice Nein, da ist er nicht Oh Mann, 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 Mann Oh mein Gott, nice Oh nein Ich seh' auch nix Ich seh' bei diesem Scheiß System Hack überhaupt nix Ich werd' fast spawnen gekillt, Mann Ich spawne doch gerade Die System Hack ist eigentlich Entsuchen und zerstören richtig gut Nein, ich hab' ohne Ich mach' jetzt einfach bis es vorbei ist, aber Ich reg' mich auch erst sofort nicht mehr auf, Freunde Ja, verkack'n wir halt, verkack'n wir halt, Ende Ja Hab' keinen Bock mehr Immer dieses Aufregen, Alter Ich reg' mich immer automatisch auf, Alter Ich krieg' hier noch Ey, was hab' ich... Was hab' ich für den... So reg' ich mich... So reg' ich mich hier gar nicht so auf Ich reg' mich halt eigentlich nur Ähm, in Ranks auf Das ist das Schlimmste Wenn du dich in Ranks aufregst Weil, dann schreist du rum Ich hab' mal ne Rater rüber Problematisch, problematisch, problematisch Ja, ja, ja Ich geh' mal nach unten Alter, ich fühl' mich hier so wirklich wie so einem scheiß Puff, Alter Ich geb' von hinten und vorne Schwänze reingedrückt Ohne Spaß Also, also wie im echten Leben Red' doch nicht immer von dir, Mann So nicht Richtig verantwortungslos Wenn du immer seine Sachen auf andere schieb', Alter Nicht nett Okay, erst recht, sorry Oh nice Langsam geh' ich ab Wow, das erste Mal, dass ich an der Pistole gekillt habe Von allen Seiten Denn das kann nicht sein Von rechts kommt einer Ah, Mann, ich hätt' warten müssen Aber es ist nicht so schlimm, wir gewinnen das Spiel wenigstens Auch wenn's gerade nicht so gut aussieht Das ist das Wichtigste, weißt du Es bringt mir nix, wenn ich einen guten Score habe Aber das komplette Spiel, äh Nicht gewonnen wird Das Wichtigste ist, dass das Spiel gewonnen wird, finde ich Weißt du? Mich interessiert nicht Ob wir gewinnen Ich will Einen guten Score Nein Nein, das ist egal Also mich persönlich juckt mehr so das gesamte Gewinn Weil das ist sowieso mehr so Teamspiel, weißt du? Das habe ich im Rank auch gemerkt Das ist so, im Rank ist es auch so Also natürlich geht's auch im Score Und ich weggepuncht Und so ein Mini-Schwanz, alter Ja, mir kommt aber diese Runde auch so voll, als ob die Connection echt scheiße ist Und das meine ich nicht als Aufrede Ja, ist auch, ja, ja Also dieses Mal ausnahmweise keine Ausdrehen, ne? Ne, es ist echt belastend, Freunde Also was soll ich dazu sagen? Ich sehe einfach nur die Leichen aus dem Dach Guck mal, er fliegt an mir, ich spawne, er steht vor mir Und ich habe immer gesagt, es wäre ein Mei Lega, ich sehe keine Gegner Ich sehe keine Gegner Oh, was zum Teufel Oh mein Gott Haben wir gewonnen? Gott sei Dank ist die Runde vor, Alter Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen, nice Puh Freunde, guck gar nicht auf mein Score, weh Du zeigst jetzt mein Score, du Wixxer, weh Digga, es wird automatisch gezeigt Geiße Mach das weg Ja, wir haben gewinnigstens gewonnen Das war sehr nice, Digga, sehr nice Ja, sehr, sehr nice Außerdem warst du ja im letzten Spiel besser als ich Das ist schon mal was Ja Digga, ich fühle mich richtig minderwertig Ich hasse diese Map auch, wie gesagt, es ist nicht eine Ausrede oder so Es ist echt Fakt, Alter Ja, ich bin Level 16 Nice Ich hasse diese Map auch Okay, nice So, das war's für diese Folge Es gab ein paar Combination Probleme und so weiter und so fort Aber ich denke, es ist ganz in Ordnung Und ja Das war's für diesen Part Willst du noch was sagen? Nö Wer hat nicht vergessen Und dann sag ich nur noch 3 2 1 4 5 6 5 6 7 9